Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal um etwas ganz anderes gehen und zwar habe ich hier von McKinley so eine Kosmetiktasche. Und diese Taschen dienen normalerweise dazu, dass man halt seine Zahnbürste reinpacken kann, ein Kamm, Gel etc. Also allerlei Kosmetik Sachen. Ich habe mir gedacht, man kann diese Tasche auch für andere Zwecke verwenden. Und so habe ich mir jetzt eine EDC-Rolltasche zusammengestellt, die meiner Meinung nach viele wichtige Ausrüstungsgegenstände enthält, die ich euch jetzt einmal genauer vorstellen werde. Machen wir die Tasche einmal auf, beziehungsweise bevor wir anfangen. Ihr seht, das ist ein richtig schöner Knubbel geworden. Ich gebe euch noch schnell die Maße dazu. Die Tasche hat eine, ich sag mal, Höhe von ungefähr 25 cm und einen Durchmesser von etwa 15 cm. Und ausgefaltet müssen wir dann gleich messen. Jetzt machen wir die Tasche erst einmal auf. Und ihr seht es, diese Tasche von McKinley, die ist jetzt unterteilt in drei Bereiche. Es gibt auch andere Taschen, ähnliche Taschen, die halt entweder mehr Fächer haben oder halt noch mehr unterteilt sind. Aber mir gefällt diese hier sehr gut. Zum einen haben wir hier oben diesen Haken, wo man beim Campen beispielsweise die ganze Tasche so an eine Zeltstange oben anhängen kann. Oder halt, was ich mir gedacht habe, ist beim Auto mache ich das einfach an die Kopfstütze fest, dass es nach hinten runter hängt. Und so hätte ich alle Sachen immer gleich griffbereit. Und ich schulde euch noch die Länge dieser Tasche. Die wäre bei etwa, ja ich sag mal, 42 cm. Als allererstes haben wir hier oben so einen kleinen Spiegel. Der ist natürlich immer gut. Der sieht jetzt so zerkratzt aus, aber da ist diese Schutzfolie noch drauf, die man abziehen kann. Aber mich stören diese Kratzer nicht, deswegen habe ich diese Folie halt immer noch drauf. Das Gute ist halt, man kann sich immer schnell mal kontrollieren, ob man irgendwie ein Popel im Gesicht hat oder ähnliches. Aber man kann den natürlich auch verwenden, um damit Signale zu geben. Und so ein einfacher Signalgeber, der kann schon durchaus nützlich sein. Und dann fangen wir jetzt mal mit dem mittleren Bereich an. Hier habe ich als allererstes mein Victorinox Multitool. Die ganzen Multitools werde ich euch in einem der nächsten Videos mal vorstellen. Aber das hier ist meiner Meinung nach eines der besten Multitools überhaupt. Steht Leatherman in nichts nach. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass es in manchen Bereichen besser ist als ein Leatherman. Aber das in einem der nächsten Videos. Dann habe ich hier die LED Lenser P220. Eine ganz einfache Taschenlampe, die halt sehr hell ist. Man kann sie außerdem auch fokussieren. Aber mehr Funktionen besitzt diese Taschenlampe nicht. Also kein Stroboskop oder mehrere Leuchtstufen. Sie ist einfach nur hell, erfüllt ihren Zweck. Und ich finde sie dafür sehr gut geeignet. Dann habe ich hier außerdem einen kleinen Kugelschreiber, einfach um mal Notizen machen zu können. Eine Pinzette, die ich fast immer dabei habe. Sei es in einem meiner Multitools, beispielsweise im Swisschamp oder im Cybertool oder eben in der großen Variante. Ein Stück Kienspan zum Entzünden von Holz. Ein Heißklebestick, den finde ich tatsächlich sehr hervorragend, weil man eben eine Seite etwas erhitzen kann und damit kann man dann schnell ein Loch beispielsweise in der Luftmatratze abdichten oder im Zelt, wenn da Regen reinkommt. Ein Knicklicht ist auch dabei. Schauen, dass sich hier in den kleinen Taschen nichts versteckt. Dann habe ich außerdem dabei Putztücher zum Reinigen von Objektiven, der Brille, vielleicht auch um einfach mal die Hände zu reinigen. Ein kleines Sortiment an Pflastern und hier versteckt sich noch ein kleiner Ohrring, der irgendwo verloren gegangen ist. Kann aber auch sein, dass der aus einem alten Set stammt, was ich hier mal zusammengestellt hatte. Dann ist auch diese Tasche leer und ihr seht es, hier ist noch ein Reißverschluss und dahinter verbirgt sich tatsächlich das Victorinox Venture Pro beziehungsweise hier ist es einfach nur die Venture Edition. Die Hülle, die man da drum machen kann mit den Schleifsteinen und mit dem Holzbohrer, die habe ich jetzt hier weggelassen, weil es sonst zu dick werden würde. Aber ihr seht, man kann hier problemlos ein Full-Tank Messer einpacken. Rattenscharf, ich habe mich hier gestern Abend geschnitten, als ich es ausgepackt habe, weil das Coole bei diesem Messer ist gleichzeitig auch ein großer Nachteil, denn man kann das Messer in beide Richtungen einpacken. Ja und das Blöde ist, wenn man das Messer dann rausholt, dann sollte man natürlich darauf achten, wo die Schneide ist. Ich dachte, ich habe es so rausgezogen, also so unglaublich dumm, wie man sich anstellen kann, habe ich es so rausgezogen, weil ich dachte, hier wäre die glatte Seite. Natürlich war das Messer andersrum eingepackt und ratsche mir so am Daumen entlang. Hat ganz schön geblutet, aber damit ist klar, das ist jetzt definitiv mein Victorinox. Dann haben wir den mittleren Bereich schon geleert. Hier unten ist dann nochmal ein größeres Staufach. Hier habe ich drin eine Rettungsdecke, ein paar Papiertaschentücher, etwas Klebeband, etwas Zündmaterial. Dann habe ich hier als Wasserfilter, habe ich mich dieses Mal für den Livestraw entschieden. Einfach, um mal etwas anderes vorzustellen, als immer den Sawyer Mini. Ein Grail würde hier natürlich nicht reinpassen. Aber der Livestraw, ich meine, wenn ihr schon mal davon gehört habt, es ist ein wirklich, wirklich starker Wasserfilter, der direkt einsatzbereit ist, ohne irgendwelches Hickhack. Einfach hier vorne abziehen, ins Wasser reinhalten, auf der Seite trinken, fertig. Wirklich cool gemacht und auch sehr kostengünstig. Natürlich ein Magnesiumfeierstahl, noch etwas mehr Zundmaterial. Paracord. Paracord darf natürlich in keinem Equipment fehlen. Zu der Dose komme ich gleich. Dann habe ich hier nochmal etwas Draht dabei, sowie vier Kabelbinder, gesichert durch zwei bzw. vier Gummis, auf jeder Seite zwei. Ein Feuerzeug. Falls das mit dem Feuerstarter nicht klappt, hat man direkt Feuer zur Hand. Kopfschmerz und Durchfalltabletten. Jetzt mache ich mir hier mal ein bisschen Platz. Ganz vergessen, von Katadyn die Mikropur Forte Wassereinkamungstabletten. Acht Stück an der Zahl, reicht also für acht Liter Wasser. Und zu guter Letzt noch diese Dose hier. Darin verbergen sich kleinere Schätze. Auch hier gesichert durch Gummis, damit sie nicht einfach aufgeht bzw. die Gummis kann man natürlich auch für andere Sachen verwenden. Und hier drin enthalten ist halt ein kleines Angelset, sage ich mal, mit Dyneema Angelschnur, Nylon Angelschnur, einige Gewichte, Köder, jede Menge Angelhaken. Und ich finde, das ist in der Dose ganz gut verpackt. Und das ist halt das Equipment, was alles in dieser kleinen Kosmetiktasche drin war. Ich schichte euch das Ganze jetzt noch mal nebenbei auf, während ich noch zwei, drei Sachen dazu sage. Die Tasche selber hat mich 30 Euro gekostet, wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich habe die Tasche also bestimmt schon vor fünf, sechs Jahren gekauft. Und zu dem Zeitpunkt hat sie 30 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer sie aktuell wäre. Ich denke aber nicht, dass sie viel teurer geworden ist, es gibt natürlich auch noch von anderen Herstellern solche Taschen, sei es jetzt von Deuter, sei es von Jack Wolfskin. Ich bin mir sicher, dass hier Tasmanian Tiger oder ähnliche Hersteller ebenfalls sowas im Angebot haben. Und es ist so viel Kram, was hier reinpasst, dass ich es gar nicht vernünftig aufgelistet bekomme. Die Putztischer noch dazu, die Pflaster noch dazu. So, jetzt endlich mal auf einen Blick, was alles dabei enthalten ist. Also wir haben die Möglichkeit, auf Nahrungssuche zu gehen, das haben wir natürlich auch, wenn wir einfach Beeren oder Früchte etc. suchen. Aber hier hätten wir die Möglichkeit, auf den Fischfang zu gehen. Wir haben etwas gegen die Kälte dabei, auch wenn es vielleicht nur eine Rettungsdecke ist, aber es ist im Notfall immer noch besser als gar nichts. Ein Wasserfilter, Werkzeuge, wir haben etwas für Licht dabei, wir haben Signalgeber dabei, einmal das Knicklicht und der Spiegel. Wir haben jede Menge Möglichkeiten dabei, um uns ein Feuer machen zu können. So viel zur McKinley Kosmetiktasche und was man alles dabei reinpacken kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denkt daran, in den nächsten Wochen folgt noch der große Multitool Vergleich und auch der wird unglaublich interessant werden, weil halt sehr viele coole Multitools miteinander verglichen werden. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin. Tschau!